Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Wenn der Regen zieht den Treusseln, in der Luft kommt Hausterei. Gut sitzen, wahrer Kreise zwischen Regen und Freien. Wahrer Kreise, schau mit K-Roll und mit Freie stehen die Runde. Noch ein Rude, Hafei Baby, und hier auch meine Runde. Hafei Baby, und hier auch meine Runde. Und im Oberst und mein Freie mit dem Kaffee reinzugehen. Freie Schäle, Schäle, Freie, und dann geht mein Stub, mein Ei. Auf die Lippen, noch ihr Name, in die Augen, noch ihr Schall. In der Lippen, 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 noch ihr Verder. Musik 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 Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus ... 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 Überrechte dir Bravo! Bravo! Applaus In dem Auto mal wieder irgendwas... Na, der wird jetzt ganz geholfen! Es würde viel weniger Böses bezahlen, nicht, dass das Auto durchgehen. Es würde viel weniger Böses getan auf Erden, wenn das Böse niemals im Namen des Guten getan werden könnte. Also nochmal, es würde viel weniger Böses auf Erden getan, wenn das Böse niemals im Namen des Guten getan werden könnte. Darüber können wir nachdenken. Weil ganz viele Menschen weltweit natürlich etwas inszenieren, was sie in den vermeintlichen Namen des Guten tun und dabei passieren die unglücklich Dinge. Wir werden sie in diesem Sinne, wenn wir hier uns trefflich verhindern. Aber wir können uns immer wieder darauf besinnen, was wir selber im Kleinen dazu beitragen können. Diese Sonntagsmusikböge, den Menschen, die kommen zumindest, ein kleines bisschen Quäntchen von Glück bringen. Das ist ein kleines bisschen Quäntchen von Glück. Das ist ein kleines bisschen Quäntchen von Glück. Das ist ein kleines Sekten von Glück. Ablau! La 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.